Ein schnelles Ende der Corona-Pandemie dank Impfungen. Diese Hoffnung hat sich. Es gibt noch längst nicht genug Impfstoff, um die ganze Bevölkerung zu schützen. Die Bundesregierung legt deshalb fest, wer zuerst dabei ist. Die impffreien Folgen nicht nur eine wissenschaftliche Frage. Sie ist hoch. In dieser Podcast-Folge geht es um Fairness im Ausnahmezustand und um diejenigen, die sich vergessen fühlen. Bürgerinnen und Bürger erzählen uns, wer ihrer Meinung nach eher geimpft werden müsste. Lehrer und Lehrerinnen, Kita-Personal, hören Sie im Podcast, wer bereits hochgestuft wurde, ob die Präumosion nochmal geändert werden könnte. Und weshalb Sanktionen für Vordrängler möglich sind zum Thema Strafen bei Verstößen. In der freien Folge können Sie außerdem in unserer aktuellen Umfrage teilnehmen. Wie Sie in diesem Artikel finden, neugierig geworden? Dann klicken Sie oben am Artikel an, fangen einfach auf den Klebphal und hören die neue Folge von Stimmen Podcast Stimmenfang abonnieren. Sie können Stimmenfang in allen Podcast-Apps kostenlos hören und abonnieren. Klicken Sie dafür einfach auf den Link zu Ihrer Lieblings-App, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, Castbox, Overcast, Alexa und abonnieren Sie dann den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn Sie lieber eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie dort einfach den Link zum RSS-Feed. Das finden Sie. Das finden Sie. Das finden Sie. Untertitelung des ZDF, 2020